Berlin, Berlin Berlin, Berlin Für Team Nord beginnt der Wettbewerb in Schleswig-Holstein. Genau genommen mitten auf dem Meer. Die drei sind auf dem Weg zur nordfriesischen Insel Pellworm. Ich fühle mich sehr kalt. Mein erster Eindruck ist, dass es grau ist. Aber schön. Ich weiß, es wird nicht zu gefährlich sein. Hoffentlich. Aber ich bin gespannt. Abwarten. Noch ist das Wattenmeer ruhig. Aber das kann sich ändern. Achtung, hier eine Durchsage. Erik, Nicole und Almundena, bitte auf die Brücke kommen. Ja. Was denn? Nein. Die Brücke. Die Brücke ist ja auch gerade. Oh, danke. Findet Knut Knutzen mit Hilfe der folgenden Geokoordinaten. Was Knutzen? Ist das ein Insel oder ein Mensch? Das kann das GPS-Gerät auch nicht beantworten. Aber es kennt den Weg. Für die drei beginnt eine Schnitzeljagd über die Insel Pellworm. Ja. Lass uns fragen. Mit dem GPS-Gerät kommt Team Nord nicht weiter. Vielleicht hilft ja Fragen. Wo sind wir? Sie sind hier im Wattenmeerhaus von Pellworm. Hier erfahren die drei, was das eigentlich ist, dieses Wattenmeer. Die Insel Pellworm befindet sich mitten im Wattenmeer. Das heißt, das ist das Meer, das wird ab und zu freigespült. Und dann ist kein Wasser mehr da, sondern rundherum ist nur noch Land zu sehen. Die Flut kommt, das heißt sechs Stunden lang geht das Wasser und sechs Stunden lang kommt das Wasser. Aber nirgendwo ist Knut. Dabei hat die Insel nur wenige Bewohner. Sind Sie zufälligerweise der Knut? Knut Knutzen? Ja. Es hat die Idee mit Barfunk gehalten, mit dem Grundbord. Wieder nichts. Hoffentlich kann Knut Knutzen nicht nur Plattdeutsch, sondern auch Hochdeutsch. Ich bin da für ein. Ja, mach dich hier. Hallo. Entschuldigung. Knut Knutzen. Oh, da haben Sie Glück, das bin ich. Echt? Wow, ehrlich. Weitere Informationen für uns? Post für uns. Danke. Dankeschön. Jetzt kommt die zweite Aufgabe. Stellt zusammen mit Briefträger Knut Knutzen die Post an folgende Geokoordinaten zu. Das heißt? Ah, Söder. Ach, Süderoog. Das ist neilig. Ja, da muss man durchs Watt gehen. In eineinhalb Stunden ist niedlich Wasser und wenn man jetzt losläuft, dann könnte man das noch gerade schaffen. Knut Knutzen ist nicht nur Postbote, er arbeitet auch beim Küstenschutz. Hier repariert und wartet er Deiche. Das sind hohe Erdwelle, die das Festland bei Flut schützen. Es gibt eine Unwetterwarnung. Zum Glück begleitet Knut das Team. Ungefähr sieben Kilometer lang ist die Strecke bis zur Hallig-Süderoog. Der Wind wird immer stärker. Nicole, Almudena und Erik kommen nur noch langsam voran. Und dann passiert es. Die Flut setzt ein. Das Wasser kommt zurück. Selbst dem erfahrenen Nordfriesen wird es zu gefährlich. Das Wasser kommt schon wieder. Was heißt das denn? Wir müssen jetzt noch immer eine Stunde laufen und das würden wir nicht schaffen, wieder zurück. Das ist noch ein ganzes Ende rüber. Bevor wir dann wieder zurück sind, ist das Wasser hier alles voll. Wir müssen zurück. Aber wenn sie jetzt aufgeben, ist das Ticket weg. Das will vor allem Almudena nicht wahrhaben. Die schwimmen kann man auch nicht. Aber heute wirklich kein Ticket? Nein, die haben wir verloren. Wir haben das ganz gut gemacht. Trotzdem, Team Nord liegt 0 zu 1 zurück. Das war deine Schuld, Erik. Du warst zu langsam. Du warst zu langsam mit zwei Koffern. Berlin, Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Ich will los, ich will was sehen, ich brauch ein Ticket, ein Ticket nach Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020